Der eine lernt mehr über das Visuelle, über das Sehen. Ein anderer möchte die Technik fühlen, spüren, erleben. Andere wiederum hören und lernen. Wiederum andere sehen und hören. Und die Kombination aus allen Kanälen, wie Menschen bevorzugt Stoff aufnehmen und erfolgreich behalten, um ihn sicher anzuwenden, ist die, dass wir alle Kanäle bedienen. DVDs helfen dem Lerner, der eher visuell gesteuert ist, den Stoff zu verinnerlichen. Unsere Hörbücher-Live-Mitschnitte aus den Trainings sind etwas für Verkäufer, die gerne Musik hören oder Hörbücher im Radio auf dem Weg zum Kunden nutzen, um den Stoff nochmal inhaltlich zu durchlaufen. Andere möchten gerne relativ früh zum Hörer greifen, mit denen telefonieren wir gemeinsam echte Interessenten an und simulieren echte Verkaufsgespräche mit echten Kunden und stimulieren seinen haptischen Kanal. Er greift zum Hörer, er begreift in dem Moment, was möglich ist. Und alles in allem unterstützen wir die Lernbereitschaft eines jeden Teilnehmers, indem wir sein Unterbewusstsein befeuern. Lernen bedeutet auch wiederholen. Nun können wir uns nicht so häufig treffen, auch wenn wir bundesweit an vielen Standorten präsent sind. Wichtig ist, dass wir ein universelles, von jedem Ort der Welt zu jeder Tages- und Nachtzeit ansteuerbares System bereitstellen, nämlich ein online-gestütztes Learn-Management- und Erfolgskontrollsystem, das beispielsweise innerhalb eines Ausbildungsjahres bis zu 100 Kurzkurse, Kurzaufgaben, schnelle Impulstrainings, manchmal nur 5 bis 10 Minuten bietet, die den Willen verstärken und auch die Technik dahin verpflanzen, wo sie sein muss, damit sie sicher abgefeuert werden kann, nämlich ins Langzeitgedächtnis durch Wiederholung, 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 dann allerdings aus verschiedenen Blickwinkeln. Verschiedene Situationen werden immer wieder durchgespielt, Extreme werden beleuchtet, verschiedene Kanäle werden angesteuert und immer wieder simuliert. Auch dann, wenn wir uns nicht live treffen zu einem Präsenztraining, bist du immer in Bewegung. Und jedes Mal, wenn du etwas nicht verstehst oder stolperst oder Fragen offen bleiben, rufst du montags zwischen 10 und 12 Uhr an und lässt dich von uns telefonisch coachen. Dann helfen wir dir, dass wirklich jeder deiner Kanäle so befeuert wird, wie du es gerne möchtest und eventuelle Lücken rechtzeitig erkannt und auch geschlossen werden. Insofern sind die Hörer, die Seher und die Begreifer bei uns genau richtig aufgehoben.